Oh, das ist aber nett. Ich stehe denn hier so einen Halbstein da... Oh man, wie die so runter bangen. Zack. Wo bist du jetzt eigentlich? Ach, da unten. Okay. Bau mich brutal durchs Gebirge. Baust du grad zu, dann kann ich hier nämlich... Ach so, ja klar. Boah. Dann scheiß drauf. Dann scheiß drauf. Ach ja genau, die Fackel. Na hab ich schon gemacht. Ach warte mal, ist eh nur zwei hoch. Ach nee, sonst kommt hier diese... Musik. Da hab ich mir auch keinen Bock drauf. Nicht besonders, nee. Nee. Aber ich wette, ich wache morgen auf richtig schön heiser, weil ich jetzt... laber. Ja, möglich. Naja. Vielleicht kann ich ja morgen nicht in die Schule, kann er noch aufnehmen. Ach ja, heiser. Ja genau. Mach wir doch mal was. Let's play heiser. Na. Zum Arzt gehen. Ja, sie müssen ihre Stimme schon. Okay. Aber ich muss noch... Ja, ja, das können sie machen, aber sagen sie nicht so viel. Ja, ja. Hehehe. Boah. 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 Ähm, ich muss noch mal kurz bauen. Was machen? Ich muss noch mal kurz den abbauen. Ja, ja. 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 Hast du Dings? Ungefähr, denk ich mal. Ah, du hast ja noch nicht weiter aufgebaut, okay. So. Raffi hat anscheinend eine Idee. Nein, ich hab eigentlich... Wird etwas gar nicht geworden. Ich hab aber auch... Ich hab ne Idee. Und zwar... Ciao. Ciao. Baue ich dafür jetzt erstmal hier wieder alles Fass ab. So, dann bleibt das zu. Hm. Hm. Ist dein Kumpel jetzt weg? Hm. Ja. Okay, dann können wir noch ne Stunde aufnehmen. Hehehe. Äh. Uh. Was wollte ich denn jetzt? Ich merk schon die Begeisterung. Äh. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen, dass ich ihn nicht mit aufnehmen muss? Achja. Schön. Nicht. Äh. Äh. So. Was wollte ich nochmal machen? Achja. Ähm. Kann ich hier... Oh. Ich brauch gleich noch Cleanstorm fällt mir ein. Was mir echt aufgefallen ist. Dass ich wieder rumlegge. Dass ich echt... Oh ne das stimmt. So. So. Ähm. So. 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 Ähm. Oh. Oh. Mann. Äh. Was ist denn das hier? Skywoon on. Deathfog off. Was ist das? Äh. Fünf. Ich hab' mal geklaut so ein bisschen hoch. Quality off. On. Off. Better snow. Nein. Custom Sky on. On. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Ich hab... Ich bin voll am verzweifeln irgendwie grad. Ähm. So. Äh. Was ich... Oh. Äh. Du bist ja schon einig... Äh. Ich entschuldige mich erstmal für die Verspätung, dass ich hier einfach nur rumgestanden hab. Ähm. Was ich gerade mir aufgefallen, also mir gestern schon aufgefallen ist, dass ich nicht über alle Nachrichten bei Whatsapp irgendwie benachrichtigt werde. Hä? Ja. Ich äh. Ich krieg Nachrichten, aber die sehe ich nicht. Also der zeigt mir nicht an, dass ich Nachrichten kriege. Leute. Was? Sieht Leute blockiert oder wie? Ne. Das nicht. Was war denn das? Oh mein Rücken tut weh. Oh mein Rücken tut weh. Oh. Oh mein Rücken. Hier ist ein Rücken tut weh. Special. Oh Junge. Oh leck mich am Arsch du das nicht dran. Junge du sollst dich keinen runterholen. Ja ja nebenbei immer diese runterholer. Oh ne jetzt mal ohne Witz. Oh. Oh. Ja ich mein es auch ohne Witz. Das hört sich so komisch an. Oh. Oh. Kennt ihr das? Das hört sich so pervers an. Oh. 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 Ich sitz manchmal hier auf dem Stuhl. Ich hab jetzt unbebaut hier. Oh. Oh. Ich sitz hier auf dem. Oh. Alter Schwede. Leck mich am Arsch. Oh. Hast du weh. Ich sitz hier. Und manchmal. Kennt ihr es vielleicht auch aus den Schultern oder so. Oder Handgelenken wenn ihr da sowas habt. Und dann bewegt ihr es mal und dann knackt das. Ne. So. Und dasselbe habe ich manchmal da. Ähm. Weißt du nochmal hier. Ähm. Intimenbereich. Über am Steiß. Nein. Da knackt nix. Da knackt nur beim Bohlen. Ähm. Hier. Äh. Weißt du. Da wo die Bandscheiben sind. So. Und manchmal bewege ich mich dann einfach so hier. So. Das Ding nach vorne. vorne. Also jetzt nicht mein Penis nach vorne. Sondern hier einfach hier so den Rücken da unten rum. So ein bisschen. Äh. Nach vorne schieben. Dann macht das auch so ein Krrk. So. Und jetzt halte ich gerade hier halt so ein Rücken. Ne. Macht das. Passiert aber nix. Es knackt nicht. So. Und dann bewege ich den so ein bisschen. Und dann habe ich halt direkt so so. Ah. Mein Rücken. Hab's mitgekriegt. So. Und. Ah. Alter. Ah. Das tut richtig weh. Ähm. Also was ich sagen wollte. Und zwar. Ähm. Wenn ich dann auf WhatsApp draufgehe. Dann stehen da so und so viele Nachrichten in so und so viele Chats. Aber ich habe keine Nachrichten oben in der Leiste beim Handy oder sowas. Oder hat nicht vibriert oder geklingelt oder irgendwie sowas. Hast du das generell nicht oder bei allen nicht? Generell nicht. Also bei allen? Ja. Dann ähm. Aber wenn du ein SMS bekommst oder so schon. Ja. Dann gehen wir auf WhatsApp Einstellungen. Ja. Benachrichtigungen müsste da irgendwo stehen. Ja. Und dann guckst du mal bitte kurz was du da eingestellt hast wenn du eine Nachricht bekommst. Ja. Der Ton ist an wenn Nachrichten kommen. Naja. Ist sowieso so ne Sache mit Whatsappter. Mhm. WhatsApp und Facebook und und was weiß ich. Oh. Zombie. Färs kenn ich mal nicht. Da war so ein lustiges Bild. ihr kennt ja immer diese hier seiten also da war ein bild von jedem zuckerberg und unserem komischen türken so und in dem ich hab's gesehen wo steht ja ich hab's für 19 milliarden und er für 18 89 cent ja genau ich hab whatsapp für 19 millionen milliarden gekauft ja und ich für 19 sind 89 sind ja ja so ein bild wo zuckerberg am stromkasten rum macht am stromkasten steht whatsapp lol hat der grad bei dir auch so krass rumgelegt alter raffi du kratzt gerade richtig ab sag mal was gerade jetzt besser jetzt besser ja das mikro es gab auch so ein zuckerberg bild wo stromkasten rummacht habe ich gesagt am stromkasten rummacht nicht mit dem stromkasten rummacht doch für scheißegal sicher dass interessieren würde weißwein kannst du mir cleanstone und crafting besorgen Robin thank you coinstone und crafting bank ja teil davon es läuft doch man lieber kein jetpack als jet lag ich meine das gibt es doch in sterben wir mal wieder eingang hier hinten haben aber echt schön hingekriegt wir vor allem ich bin also immer noch mit seinem keller beschäftigt ich habe total den ohrwurm wisst ihr wovon von der ein interim liter von den geisten dieses ich bin so unten durch du wirst es nicht glauben was war das jetzt noch kurz zeitgesetze ich auch ein skelett also das hat mir nicht mit zwei skelette genau eine crafting und clean stone ja und am besten den clean stone machst du noch mal neu also neuen clean stone